Herzlich Willkommen zurück nach einer langen Woche Urlaub und noch dem freien Montag zur Vorlesung Schuldrecht Römich 1, Vertragsschuldverhältnisse. Sie erinnern sich, Düster, wir haben vor langer Zeit, nämlich vor fast zwei Wochen, das letzte Mal Vorlesung gehabt, da haben wir gesprochen über 326 BGB und wir haben aufgehört mit einem Fall, den sich hoffentlich alle überlegt haben und wenn nicht, machen wir den halt jetzt. So, damit Sie sehen, wo wir dran sind, wir sind immer noch im Kapitel Untergang von Leistungspflichten, reden jetzt über den Änderungsvertrag und Störung der Geschäftsgrundlage und Donnerstag ist Feiertag, wenn ich es recht sehe, das heißt, nächsten Montag machen wir dann den Rücktritt und den Verbraucherschützenden Widerruf. Ja, zunächst aber nochmal zur Wiederholung, Unmöglichkeit. Ich habe gerade wieder 60 Klausuren aus dem Staatsexamen korrigiert und daher weiß ich, was da immer schiefläuft. Das Erste, was Sie sich unbedingt merken müssen, was Sie garantiert trotzdem falsch machen, weil das in der Klausur immer falsch gemacht wird, Unmöglichkeit ist nur 275 Absatz 1. Das heißt, nur wenn Sie 275 Absatz 1 haben, ist Unmöglichkeit. Die anderen Fälle heißen nicht Unmöglichkeit, die heißen Unzumutbarkeit. Das ergibt sich daraus, Unmöglichkeit heißt, der Schuldner kann den Vertrag unter keinen Umständen oder nur mit einer ganz, ganz kleinen Chance erfüllen. Sie erinnern sich düster, dass mit der ganz, ganz kleinen Chance war für den Fall des Diebstahls, dass man ein Auto wiederfindet, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also sagt man, muss es noch nicht mal versuchen. Zweite Aussage, Unzumutbarkeit, Unzumutbarkeit zeigt sich aus, der Schuldner kann, aber er muss nicht, weil wir sagen, das wäre entweder unsinnig, volkswirtschaftlich oder es würde ihn persönlich als Individuum zu sehr belasten, weil er halt dazu sein Kind sterben lassen müsste, seine Gesundheit riskieren müsste oder andere hochrangige Güter, die verfassungsrechtlich geschützt sind. Also in der Klausur achten Sie bitte darauf, Unmöglichkeit, Unmöglichkeit, Absatz 1, Unzumutbarkeit, die beiden anderen Absätze. Wenn Sie das falsch machen, ist das schon mal ganz, ganz, ganz schlimm. Zweitens, die Rechtsfolge der Unmöglichkeit ist, der Schuldner darf nicht mehr leisten. Selbst wenn es wieder möglich werden sollte, die Pflicht ist untergegangen, die bleibt untergegangen, die lebt nicht wieder auf. Unmöglichkeit hat, endgültig Feierabend. Zweitens, der Gläubiger darf nicht mehr die Erfüllung verlangen. Der Anspruch ist futsch, es gibt keinen Anspruch auf die Leistung mehr. Das müssen Sie sich unbedingt merken, der kann klagen, da wird die Klage abgewiesen, er kriegt nichts mehr, weil es ja entweder unmöglich ist oder unzumutbar und der Schuldner sich darauf berufen hat. In dem Moment ist die Pflicht endgültig weg. Das ist deshalb wichtig, weil wir lernen demnächst, wenn wir Glück haben heute, spätestens aber nächsten Montag, dass es beim Rücktritt einen § 323 gibt, der sagt, wenn ich nicht die Leistung erbringe, kann ich zurücktreten. Also wenn der Schuldner die Leistung nicht erbringt, kann der Gläubiger vom Vertrag zurücktreten. Das setzt aber voraus, dass der Schuldner überhaupt leisten muss. Wenn der Schuldner nicht leisten muss, kann er auch keine Pflicht dadurch verletzen, dass er nicht leistet, weil er hat gar keine Pflicht. Last but not least, ein Problem, was ich immer wieder sehe, § 326 Absatz 1 Satz 1 gilt erstens nur für gegenseitige Verträge. Was waren denn nochmal gegenseitige Verträge? Was ist ein gegenseitiger Vertrag? Haben wir ganz am Anfang darüber gesprochen. Ja, wo beide Parteien ihre Leistungen Zug um Zug erbringen. Was haben wir gelernt, gibt es auch für Verträge, außer gegenseitigen Verträgen? Was gibt es noch für Verträge, außer gegenseitigen Verträgen? Ja. Einseitig verpflichtende Verträge. Kennen Sie dafür ein Beispiel? Ja, die Schenkung. Die Schenkung ist ein einseitig verpflichtender Vertrag. Warum? Warum ist die Schenkung einseitig verpflichtend? Das ist relativ offensichtlich. Wer wirklich die Schenkung verpflichtet? So ist es. Nur den Schenker treffen Pflichten, der Beschenkte ist nur zur Rücksichtnahme verpflichtet. Also er darf dem Schenker nicht gegen Schienbein treten oder sowas, aber er hat keine Pflicht, das Geschenk anzunehmen zum Beispiel. Haben wir noch eine dritte Kategorie, außer den gegenseitigen Verträgen und den einseitig verpflichtenden Verträgen? Ja? Die unvollkommenen Verbindlichkeiten. Ja, was ist das denn? Ja. Okay. Also die Kollegin sagt, es gibt unvollkommene Verbindlichkeiten, zum Beispiel die Leihe, wo es zwar Pflichten auch des Entleiers gibt, aber die ständigen Gegenseitigkeitsverhältnisse. Die Aussage ist halbrichtig. Welcher Teil stimmt nicht? Das ist ein kleiner Fehler. Was stimmt da nicht? Unvollkommene Verbindlichkeiten, zum Beispiel die Leihe, bei der den Entleiher auch Pflichten treffen, die aber nicht im Gegenseitigkeitsverhältnis stehen. Was stimmt an dieser Aussage nicht? Das ist ein unvollkommen zweiseitiger Vertrag. Was sind denn unvollkommene Verbindlichkeiten? Ja? Ja. Spiel und Wette und Ehemaklervertrag. Wenn Sie wetten, wie lange es dauert, bis ich von dieser Bühne runterfalle und Sie gewinnen, dass ich irgendwann rechtzeitig runterfalle, dann haben Sie keinen Anspruch auf Auszahlung des Wetterlöses. Spiel und Wette begründen keine einklagbaren Verbindlichkeiten. Man kann auch sagen, Wettschulden sind Ehrenschulden. Ha, 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 ha. So. Zum Thema Eheschulden, der Ehemaklervertrag. Weiß einer von Ihnen, was ein Ehemaklervertrag ist? Kann man sich das vorstellen? Was macht ein Ehemakler beruflich? Ja? Ja, Ehenvermitteln. Das heißt, Sie gehen dahin und sagen, ich suche jemanden zum Heiraten und der sucht für Sie jemanden zum Heiraten raus und verkuppelt Sie und wenn Sie wirklich heiraten, kriegt der Geld dafür. Das ist das Geschäftsmodell des Ehemaklers. Das ist heutzutage nicht mehr ganz so modern. Heutzutage hat man Partnervermittlungen. Was ist der Unterschied zwischen Partnervermittlung und Ehevermittlung? Nur mal so als Test. Sie jetzt als Kenner des Marktes, was sagen Sie? Elitepartner.de oder was gibt es da noch? Tausend andere Angebote. Was ist der Unterschied? Wir können auch über Handy-Apps jetzt hier anfangen zu reden, aber was ist der Unterschied zwischen deren Angebot und dem Angebot des Ehemaklers? Das ist ja hier wieder ein einschlafendes Tempo. Und hinterher heißt es immer, ich nehme nicht genug Leute dran, Sie haben nicht die Chance mitzuarbeiten, weil Sie nie was sagen. Was sagen Sie denn zum Thema Elitepartner? Sind Sie Kunde? Ja, in der Tat. Die vermitteln keine Ehen, sondern nur Treffen von Gleichgesinnten. Was meinen Sie jetzt so als Kenner des BGB? Würden Sie die Regelungen über den Ehemaklervertrag analog anwenden? Das heißt planwidrige Regelungslücke und vergleichbare Interessenlage. Was meinen Sie? Analog, ja oder nein? Sie als Elitepartnerkunden, was sagen Sie dazu? Passt das? Also ich würde sagen, das sind planwidrige Regelungen, das ist erst mal vorliegen, weil zur Zeit des Schreibens des BGBs solche Online-Planformen, die eben diese Fahrt noch nicht existierten. Das heißt, man konnte sie vorhersehen und mit Einrichtungen in den Fallen. Und eine vergleichbare Interessenlage würde ich auch sagen, dass sie vorliegen, weil man so eine Beziehung, dass sich ja derjenige nicht plant und nicht steuert, dass sie bezahlen. Auch bezahlen kann man für alles heutzutage. Ja, in der Tat, die Regelung findet analoge Anwendungen, weil wir sagen, der Gesetzgeber dachte früher immer, wenn Menschen zusammenkommen, kann das doch nur eine Ehe sein. Dieses Ideal gilt heute nicht mehr und deshalb auch bei der Partnervermittlung gilt, die begründet keine Zahlungspflicht, wenn sie aber Vorkasse geleistet haben, können sie das Geld nicht zurückfordern. Das heißt, die müssen immer Vorkasse verlangen, weil sonst gibt es kein Geld. Das sind die unvollkommenen Verbindlichkeiten. Nochmal, unvollkommene Verbindlichkeiten haben wir genau zwei Stück, die Sie kennen müssen. Das eine ist Spiel und Wette. Und das andere ist der Ehemaklervertrag. Und was ist jetzt die Laie nochmal? Das ist der Test. Wer hat drei Minuten lang aufgepasst? Was war die Laie? Ja? Ein unvollkommen zweiseitiger Vertrag. Warum kein perfekter zweiseitiger Vertrag? Warum ist das unvollkommen? So ist es, weil es kein gegenseitiger Vertrag ist, wo die Leistungen Zug um Zug erbracht werden. Denn bei der Laie ist es so, der Entleiher muss erst zurückgeben, nachdem er die Sache bekommen hat. Zug um Zug würde keinen Sinn machen. Wenn er zurückgeben muss, gleichzeitig mit dem Moment, wo er die Sache bekommt, dann hat die Sache nicht mehr für eine Sekunde. Das heißt, der eine muss vorleisten, damit das überhaupt funktioniert. Einverstanden? Gut. Und nur bei gegenseitigen Verträgen greift 326. Das heißt, bei der Laie greift 326 nicht. Ja? Brauchen Sie auch nicht, weil wenn die Herausgabe der Sache durch den Verleiher unmöglich ist, dann kann der Entleiher sie auch nicht zurückgeben. Auch unmöglich, da brauchen wir keinen 326 für. Merken Sie sich also, 326 nur bei Kauf, Miete, Werk, Dienstvertrag. Wir haben dann aufgehört mit diesen dramatischen Paragrafen. Und 285 BGB sagt relativ einfach aus, erlangt der Schuldner infolge des Umstandes, aufgrund dessen er die Leistung nach § 275 Absatz 1 bis 3 nicht zu erbringen braucht, für den geschuldeten Gegenstand einen Ersatz oder einen Ersatzanspruch, so kann der Herr Gläubiger Herausgabe des Ersatzempfangenden oder Abtretung des Anspruchs verlangen. Erstens, das ist eine Anspruchsgrundlage, weil da steht, kann verlangen. Und zweitens, welche Fälle erfasst das? Und dazu habe ich Ihnen diesen tollen Fall gezeigt. Der V kauft auf dem Trödelmarkt ein Fahrrad für 50 Euro, weil ihm dieses nicht gefällt, verkauft er es an K für 40 Euro. Bevor V es an K übergeben und übereignet kann, erscheint X, dieser bietet 60 Euro. Daraufhin verkauft, übergibt und übereignet V an X. X ist Stuntman und zerstört das Fahrrad bei einer Vorführung irreparabel. Ein vergleichbares Fahrrad wäre überall sonst für 30 Euro erhältlich. Hat K gegen V einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz oder jedenfalls zahlen wir 20 Euro Gewinn, die V durch den Verkauf an X erwirtschaftet hat? Das ist unsere Frage. Und jetzt wissen wir hoffentlich alle noch, es gibt eine wichtige Norm im Schuldrecht AT, wo es um Schadensersatz geht. Nämlich, welchen Paragrafen müssen wir immer kennen für Schadensersatz? Einer der wenigen Sachen, die man wissen muss. Ja? 280. 280 Absatz 1. Also prüfen wir hier einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz aus 280 Absatz 1. Was setzt 280 Absatz 1 nochmal voraus? Ja, wir haben ein Schuldverhältnis, hier ein Kaufvertrag. Kaufverträge sind Schuldverhältnisse, liegt also vor. Was brauchen wir noch? Ja, wir brauchen eine Pflichtverletzung. Worin liegt denn hier die Pflichtverletzung? Kommt es auf Vorsatz an? Ja, wo prüfen wir den Vorsatz und Fahrlässigkeit? Prüfen wir das unter Pflichtverletzung? Ja. Also was ist denn jetzt die Pflichtverletzung, wenn Vorsatz und Fahrlässigkeit da keine Rolle spielen? So ein bisschen wie objektiver Tatbestand im Strafrecht. Was ist denn die Pflichtverletzung in diesem Fall? Welche Pflicht hat er denn verletzt? Räumen damit mal an. Welche Pflicht hatte er und wie hat er sie verletzt? Das könnte man meinen. Er hat die Pflicht, das Fahrrad zu übergeben und zu beeignen, das hat er nicht gemacht. Warum kann das nicht stimmen? Was ist mit dieser Pflicht passiert? Die ist unmöglich geworden und was bedeutet das, wenn eine Pflicht unmöglich wird? Was passiert mit dieser Pflicht in der Sekunde, wo sie unmöglich wird? Ja, die Pflicht ist weg. Das heißt, er hatte gar keine Pflicht mehr zu übergeben, zu beeignen. Tja, was jetzt? Er kann keine Pflicht verletzen, die er nicht mehr hatte. Einverstanden? Die Pflicht ist weg. Was tun wir denn dann? Was können wir ihm denn vorwerfen? Dass er die Unmöglichkeit zu vertreten hat, das klingt auf den ersten Blick gut, aber da haben wir wieder das Vertreten müssen drin, was ja ein eigener Prüfungspunkt ist. Was ist also das objektiv Vorwerfbare? Vielleicht die Pflichtverletzung auf 2.1.2.2. Ja, 2.1.2 ist immer so, dass die Notlösung, das machen wir erst dann, und uns gar nichts mehr einfällt. Der Ansatz war schon ganz richtig. Der Vorwurf ist, wenn ich eine Pflicht habe, was darf ich dann nicht tun? Er hat eine Bedingung dafür gesetzt, dass es später unmöglich wird? Ja, es reicht völlig, dass er diese Pflicht hat unmöglich werden lassen. Er hat diese Pflicht untergeben lassen. Das ist der Vorwurf. Du hast diese Pflicht untergeben lassen. Punkt. Und deshalb musst du nicht mehr leisten. Du hast deine Freistellung von der Pflicht irgendwie passieren lassen. Das hat er gemacht. Ziemlich offensichtlich, denn er ist untergegangen. Jetzt kann er zum Vertreten müssen. Was muss er jetzt zu vertreten haben? Ziemlich offensichtlich, die Pflichtverletzung. Hat er diese Freistellung von seiner Pflicht zu vertreten? Was hat er zu vertreten? Wo steht das? Ja. Ja. 276 Absatz 1. Da wir jetzt nichts anderes bestimmt haben, hat er Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten. Was sagen Sie hier? Hat er vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt? Sie als alte Kenner das Strafrecht. Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Was hat er hier getan? Ich sage das weiter. Wenn Sie jetzt nicht wissen, was hier Vorsatz ist und was Fahrlässigkeit ist, dann kriegen Sie Ärger im Strafrecht. Er hat mit Wissen und Wollen das Fahrrad weiterverkauft. Ja. Er hat mit Wissen und Wollen das Fahrrad weiterverkauft und damit hat er vorsätzlich gehandelt. Vorsatz hat er zu vertreten. Damit hat er den Untergang seiner Pflicht auch zu vertreten. Frage. Müssen wir darauf abstellen, dass dieser Stuntman das Fahrrad demoliert hat? Ist das für uns relevant? Da kann er nichts für, dass der Stuntman es kaputt gemacht hat. Ist das für uns entscheidend? Was denken Sie? Was denken Sie? Spielt das eine Rolle, dass das ein Stuntman kaputt gemacht hat, das Fahrrad? Fürs Vertreten müssen? Ja? Die Kollegin sagt, wenn es schon unmöglich war in dem Moment, wo er es übereignet hat, dann war es ja da schon zu spät. Was sagen Sie zu dem Argument? War es unmöglich in dem Moment, wo er es übereignet hat? Was haben wir dazu gesagt? Ja? Ja. Allein der Weiter, die Weiterübereignung hindert grundsätzlich die Erfüllung nicht, dann muss er es möglicherweise zurückerwerben und das Fahrrad von dem Käufer wieder zurückkaufen. Das hat er aber nicht mal versucht. Also der Zeitpunkt kann nicht entscheidend sein. Was sagen Sie jetzt? Also allein die Übereignung hat es ihm nicht unmöglich gemacht. Die hat es vielleicht erschwert, aber unmöglich geworden, als es erst, dass das Fahrrad restlos zerstört worden ist. Was sagen Sie jetzt? Ändert das Ihre Beurteilung dieses Falles? Das ist eine Frage. Ja? Ja, jetzt weichen Sie sich schon auf die Fahrlässigkeit aus. Sie sagen, er hat es mindestens fahrlässig aus seinem Zugaufbereich gegeben. Hier können wir sagen, er hat es sogar mit Vorsatz weitergegeben, hat damit eine Kausalkette in Gang gesetzt, die zumindest mit Dolus Eventualis dazu führen konnte, dass er nicht zurückkriegt. Und wir wissen, Dolus Eventualis reicht. Was heißt nochmal Dolus Eventualis? Das müssen wir aber wirklich alle wissen. Dolus Eventualis, Strafrecht, das macht Ihnen viel mehr Spaß, als Sie will, ich weiß, viel lustiger ist. So ist es. dass man es für möglich hält und billigend in Kauf nimmt. Ja, und hier hat er zumindest damit gerechnet, dass das Fahrrad nicht mehr zurückkriegt. Er hat es nicht mehr zurückgekriegt, also hat er Pech gehabt. Dann brauchen wir aber als letzte Voraussetzung für unseren 280.1 noch was? ein Schaden. Was denn ein Schaden so hier? Wo sehen Sie hier den Schaden? Wo könnte der Schaden des K liegen? Jetzt haben wir hier gar nicht viele Zahlen. Was denken Sie? Was kommt da so raus? Wir fangen mit der einfachen Frage an. Wie würde K stehen, wenn V seine Pflicht nicht verletzt hätte? Was hätte er dann bekommen? Ganz einfache Frage. Wenn V die Pflicht nicht verletzt hätte, was wäre dann? Er hätte ein Fahrrad, das 30 Euro wert ist, für 40 Euro bezahlt. Ja, er hätte ein Fahrrad bekommen, was 30 Euro wert ist, hätte 40 Euro bezahlt. Das heißt, wenn wir das subtrahieren, was kriegen wir dann raus? Wie stände sein Vermögen da? es hätte sich um 10 Euro verschlechtert. Minus 10. Wie steht er jetzt da? Hat kein Fahrrad gekriegt. Ja? Versteht ihr, was er bezahlt hat? Zahlt er immer Vorkasse? Auf dem Trödelmarkt? Also ich weiß ja nicht, das scheint relativ untypig. Erstmal den 40 Euro in die Hand zu drücken und dann zu sagen, ich komme in der Stunde wieder. Also, selbst wenn er gezahlt hätte, würde ich 40 Euro zurückkriegen, wegen 326 Absatz 1. Das heißt, die können seinen Schaden nicht sein. Wie steht er also momentan da? Er hat 40 Euro im Portemonnaie, aber kein Fahrrad. Wenn wir das in Geld umrechnen, hat er sozusagen einen Gegenwert von 10 Euro mehr im Portemonnaie. Also, wenn er mehr im Portemonnaie hat als vorher, können wir kaum einen Schaden annehmen. Also hat er keinen Schaden, also brauchen wir gar nicht weiter zu prüfen, Feierabend. Schadensersatz bringt uns überhaupt nicht weiter. Und jetzt kommen wir zu unserem zweiten Anspruch, nämlich, er möchte gerne die 20 Euro gewinnen. Und da müssen wir uns ein bisschen näher mit beschäftigen. Gucken wir uns den 285 BGB an. Was setzt der voraus? Das Prüfungsschema ist viel, viel einfacher als das von 280. Das ist das, was wir gerade geprüft haben. 285. Was setzt der voraus? Steht alles im Gesetz, das brauchen Sie nicht auswendig zu lernen. Ja. 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 Also in der Tat, wir brauchen zunächst mal ein Schuldverhältnis. Haben wir eben schon gesagt, was das Schuldverhältnis hier? Ja, nicht schwierig. Keine Fangfrage. Ja. Der Kaufvertrag. Zweitens brauchen wir eine Befreiung von der Leistungspflicht nach 275 Absatz 1 bis 3. Was haben wir hierzu gesagt eben? Wie sieht das aus? Befreiung von der Leistungspflicht nach 275 Absatz 1 bis 3. Was sagen Sie dazu? Haben wir das? Ja. Genau. Der V kann das Fahrrad nicht mehr übergeben und übereiteln. Seine Pflicht ist nach 275 Absatz 1 untergegangen. Dritte Voraussetzung. Er muss etwas als Ersatz gerade für die Unmöglichkeit erlangt haben. Was hat er denn hier möglicherweise als Ersatz für die Unmöglichkeit erlangt? Für den Umstand, der die Unmöglichkeit herbeigeführt hat? Die 60 Euro Kaufpreis. Merken Sie sich, die hat er dafür bekommen, dass er die Pflicht nicht mehr erfüllen kann. Also, was ist die Rechtsfolge der Norm? Was muss er grundsätzlich erstmal tun? Was muss er also tun nach 285 Absatz 1? Ja? Ja, er muss den Ersatz herausgeben. Das heißt, was muss er konkret hier herausgeben? Wie viel Euro muss er herausgeben? Also grundsätzlich erstmal 60 Euro, aber da der Karte ja den Kaufpreis nicht bezahlt hat, aber er hätte müssen bezahlen, so würde man das anrechnen und dann nur noch 20. Aha, also, ja, irgendwie kommen da 20 raus. Also, erste Frage, warum muss denn der Karte den Kaufpreis jetzt noch zahlen? Haben wir nicht eben gelernt, 326 Absatz 1, die Pflicht zur Kaufpreiszahlung erlicht, wenn die Übergabepflicht erlicht? Absatz 4? Oder 5 oder 6? Was hätten Sie denn gerne? Welcher Absatz ist es? Schauen Sie mal. Absatz 3 Satz 1? Ja, Absatz 3 Satz 1, sobald er stellt die Bekommunummer lang, bleibt seine Pflicht bestehen. Das heißt, in der Tat, wir haben einen Anspruch des V gegen K auf 40 Euro und Anspruch des K gegen V auf 60 Euro. Jetzt hat der Kollege gesagt, okay, dann bleiben 20 Euro übrig. Stimmt das? Macht das BGB das so? Was ist die Rechtsfolge, wenn ich Ihnen 60 Euro und Sie mir 40 Euro schulden? Was müssen wir grundsätzlich tun? Wird automatisch so verrechnet und dann gesagt, okay, es wird noch die Differenz geschuldet? Ist das wirklich so? Wie der Kollege behauptet? Gibt es eine automatische Verrechnung im BGB? Ja, dann muss man die Aufrechnung erklären und wo steht das, dass man die Aufrechnung erklären muss? 388 BGB, die Aufrechnung ist ein Gestaltungsrecht. Wenn die Aufrechnung nicht erklärt ist, muss der eine in der Tat 60 Euro bezahlen und der andere muss ihn dann 40 Euro wieder zurückzahlen. Also es ist ein Hin- und Herzahlen. Das BGB sagt, wenn keiner von den beiden sagt, ich rechne auf, muss hin- und hergezahlt werden. Da wird nichts automatisch verrechnet. Merken Sie das unbedingt für Klausuren. Es wird nie automatisch verrechnet. Automatisch passiert im BGB nichts. Das muss ausdrücklich gesagt werden. Ja? Also unsere Rechtsfolge ist in der Tat, erstmal der eine muss 60 Euro und der andere muss 40 Euro bezahlen. Wie stehen die Pflichten zueinander im Verhältnis? Im Kaufvertrag, Sie erinnern sich, Düster, was haben wir eben beim Kaufvertrag gesagt? Wie steht die Pflicht des Käufers zur Pflicht des Verkäufers? Wie muss man solche Pflichten erfüllen? Zug um Zug. Und das können Sie in 320 BGB sehen. 320 BGB bedeutet, der eine gibt und der andere muss gleichzeitig geben. Exakt im gleichen Moment treffen Sie sich auf der Mitte. Das heißt, keiner von den beiden muss vorleisten. Es ist nicht so, dass der V erst die 60 Euro geben muss und von den 60 Euro kann der KM das zurückgeben, sondern theoretisch treffen die sich in der Mitte und tauschen die Dinger aus. Also der eine gibt 40 Euro auf seinem Portemonnaie, der andere 60 Euro auf seinem Portemonnaie. Das sagt 320 BGB. Schlauer wäre es, wenn einer die Aufrechnung erklärt, aber wenn keiner die Aufrechnung erklärt, passiert genau das. 60 Euro von da nach da, 40 Euro von da nach da. Sagen Sie, wie blöd ist das denn? Aber so ist das. Das BGB sagt, Aufrechnung nur bei Erklärung. Merken Sie sich das. Das ist total verwirrend, aber es ist leider so. So, ich habe Ihnen nochmal diese tolle Übersichtsfolie gemacht. Es ist der erhaltene Ersatz für die geschuldete Leistung. Der wird angerechnet auf die Gegenleistung und er wird auf Schaden statt der Leistung angerichtet, was wir noch machen werden, wenn wir dazu kommen. Wichtig ist, Sie müssen diesen Anspruch nicht gelten machen. Wenn Sie ihn nicht gelten machen, wird nichts angerechnet, Sie müssen einfach nur nicht bezahlen. In der Praxis geht es darüber hinaus um Versicherungsbeträge. Wenn also die Sache versichert war und wird geklaut oder zerstört, kann ich die Versicherungszahlung als Käufer vom Verkäufer heraus verlangen. Merken Sie also, wenn der Klausur irgendwas auftaucht mit Versicherung oder mit Weiterverkauf, denken Sie an 285. Wenn eines dieser beiden Worte auftaucht, immer 285. Sonst können Sie die Norm auch vergessen. Und jetzt kommen wir zu einem der schwierigsten Probleme im allgemeinen Schuldrecht. Wenn ich sage schwierig, meine ich das auch. Nämlich zur beider Seite zu vertreten Unmöglichkeit. Und zwar habe ich Ihnen dafür dieses tolle Bild gemalt. Sie sehen hier links ist ein Auto hinter einem Haltenverboten Schild und hier ist einmal 1000 Euro hinter einem solchen Schild. Damit will ich Ihnen sagen, der V verkauft dem K sein Auto und die Übergabe und Übereignung des Autos wird unmöglich. Sie wird aber unmöglich deshalb, weil der K eine Probefahrt gemacht hat und die Bremsen nicht richtig angezogen hat, was der V nicht richtig kontrolliert hat. Und dummerweise sagt der Sachverständige, der K und der V sind jeweils 50% schuld daran, dass das Auto des V zerstört wurde. Also der K ist 50% schuld und der V ist 50% schuld. Und dann sagt uns § 275 Absatz 1 erlicht der Anspruch des K gegen V auf Übergabe und Übereignung des Autos, denn das Auto ist durch den Unfall zerstört. Gerollt gegen eine Mauer. Kaputt. § 26 sagt uns, der K muss dafür auch nichts bezahlen. Das heißt, wir tun einfach so, als wäre nichts passiert. Dieses Ergebnis finden aber viele ungerecht. Sie finden es vor allen Dingen deshalb ungerecht, weil wir eine Regelung in § 326 Absatz 2 Satz 1 haben, die sagt, wenn der K alleine oder weit überwiegend verantwortlich ist, dann muss er trotzdem den Kaufpreis bezahlen, obwohl er kein Auto kriegt. Alleine verantwortlich heißt, wenn der K das Auto mit Schwung gegen die Mauer gefahren hat und 100% selbst schuld ist. Dann muss er das Auto bezahlen, obwohl er es nicht mehr kriegen kann. Weit überwiegend heißt zwischen 95 und 100%. Das heißt, wenn der V noch ein bisschen mit verschulden hat, kriegt er trotzdem sein Geld. Aber alles, was unter 95% ist, sagt das BGB, gibt es keinen Kaufpreis mehr. Und dieses Ergebnis finden ganz, ganz, ganz viele Leute ungerecht. Und das finde ich schon ungerecht seit über 100 Jahren. Und Sie können sich vorstellen, wenn man Juristen 100 Jahre lang über ein Problem nachdenken lässt, dann kommen da ganz viele verwirrende Lösungen raus. Wir fangen an mit Lösungsvorschlag 1. Lösungsvorschlag 1 sagt, wir müssen den Absatz 1 teleologisch reduzieren. Das heißt, wir lesen da rein, so weit der Gläubiger dies nicht analog zu 154 Absatz 1 BGB zu vertreten hat. Das heißt, wir lesen da rein, wir quoteln das. Der Kaufpreis erliegt nur so weit, wie es allein vom Schuldner zu vertreten ist. Sonst bleibt der anteilig bestehen. Also wenn Sie 1000 Euro Schulden und 50% Mitverschulden haben, reduziert sich der Kaufpreis auf 500 Euro. So ist die Idee. Eine dynamische Skala. Das ist Ansicht 1. Der Grund dafür soll sein, der Gesetzgeber hätte an diesem Fall nicht gedacht und die Norm des Absatzes 1 würde zu weit gehen, also müssen wir die Norm des Absatzes 1 beschränken, soweit wie sie sinnvoll anwendbar ist. Die Gegenansicht sagt, der Gesetzgeber hat das Problem ja gesehen, nämlich in diesem Absatz 2. Er hat nur einen Fehler gemacht. Er hat nämlich hier reingeschrieben, allein oder weit überwiegend. Das meinte der gar nicht so. Sie müssen eigentlich dieses allein ausstreichen und sagen, der Anspruch bleibt bestehen, wenn der Gläubige auch nur ein bisschen mit verschulden hat. Also ein bisschen mit verschulden bleibt der Anspruch bestehen. Das ist eine Analogie warum? Weil wir eine Norm, die eigentlich von einem anderen Fall gedacht ist, entsprechend anwenden für einen Fall, für den sie nicht gedacht ist. Da oben haben wir etwas rausgestrichen und jetzt werden wir eine Ausnahmevorschrift entsprechend an. Sie sehen aber, diese beiden Ansichten haben ein gewisses Problem, weil der Gesetzgeber hat dummerweise das Problem gesehen und er hat es halt anders gelöst. Er hat nämlich gesagt, allein oder weit überwiegend besteht und in allen anderen Fällen er liegt es komplett. Er hat immer ganz oder gar nicht Lösung gemacht, eine Quotelung kennt das BGB hier nicht. Deshalb gibt Schadensersatzrecht und die sagt, in dem Moment, wo der Gläubiger verursacht, dass der Schuldner seine Pflicht nicht erfüllen kann, greift er ein in den Anspruch, den der Verkäufer schon hat, auf den Kaufpreis und macht den zunichte. Und das ist eine fehlende Rücksichtnahme auf die Interessen des Verkäufers, der immerhin Geld sehen will. Und das ist eine Pflichtverletzung nach 280 BGB. Und Pflichtverletzung nach 280 BGB haben bekanntlich Schadensatz zur Folge und bei Schadensersatz haben wir 254 der sagt, wir können dann wunderbar Quote nach Verschuldensanteilen. In unserem Fall ist das recht einfach, weil wir haben sogar ein Eigentum des V am Auto, was verletzt einfach, es ist der Anspruch auf die Gegenleistung, der auch ein Recht im Sinne dieser Norm ist, das würde also auch immer passen. Jetzt sagen Sie sich, ist doch alles super, warum erzählt uns so komplizierte Sachen. Das Problem an der Sache ist, dass dieser Meinungsstreit extrem verworren ist. Denn für jede Ansicht gibt es ein Problem. Die erste Meinung hat das Problem Regelungslücke. Für eine teleologische Reduktion braucht eine Regelung, die zu weit geht. Der Gesetzgeber hat aber eine Ausnahme geschaffen, also können wir kaum sagen, der hat hier planwidrig zu viel geregelt. Das zweite Problem ist, wir wollen ja irgendwie eine Quotelung erreichen und eine Quotelung haben wir bei Gegenleistung nicht. Also wir sagen, ich kriege nur so und so viel Prozent meines Kaufpreises. Das heißt, die erste Ansicht hat extreme praktische Probleme. Die zweite Ansicht genauso blöd, weil die sagt, naja, im BGB steht drin allein oder weit überwiegend, das wenden wir aber eben nicht an, da tun wir so, ob es nicht drin stehen würde. Der Gesetzgeber hat das absichtlich da reingeschrieben. Warum sollen wir einfach mal Sachen rausstreichen, wenn der erklärte will, dass Gesetzgeber was anders ist. Und das andere Problem ist, wie kommt dazu, ich kriege den kompletten Kaufpreis selbst bei einem Prozent mit verschulden und muss dann alles über Schadensatz verrechnen. Kann also hoffen, dass es zu einem angemessenen Preis gekauft worden ist, sonst steht der Käufer halt blöd da. Und die dritte Ansicht, meine Ansicht sozusagen, hat leider auch einen Schönheitsfehler. Verkäufer aber eine fremde Sache verkauft hat zum Beispiel, dann ist es extrem schwer zu begründen, warum soll ich als Käufer darauf achten, dass der Verkäufer von mir Geld bekommen kann. Ich habe ja keine Pflicht dafür zu sorgen, dass hier der Jury-Shop Geld kriegt, wobei ich jeden Tag eine Cola kaufen gehe. Das ist nicht meine Pflicht. Ich bin nicht der Förderer meines Verkäufers. Jeder hat seine eigenen Interessen. Es gibt keine Rücksichtnahmepflicht auf den Kaufpreisanspruch. Das heißt, alle drei Ansichten haben Probleme. In der Klausur müssen Sie diesen Streit dummerweise diskutieren. Das ist eine der wenigen Streitigkeiten, die Sie wirklich diskutieren müssen. Ansicht 1 und Ansicht 2 müssen Sie diskutieren, wenn Sie 326 Absatz 1 prüfen, prüfen Sie Ansicht 1 und lehnen die ab. Wenn Sie 326 Absatz 2 prüfen, prüfen Sie Ansicht 2 und lehnen die auch ab. Und dann haben Sie als Ergebnis es gibt keinen Kaufpreisanspruch. Und dann prüfen Sie den Anspruch aus 180 und müssen da Ansicht 3 diskutieren. Und wenn Sie dann auch ablehnen, dann hat der Verkäufer Pech gehabt. Einverstanden mit diesem System? Also merken Sie sich Ansicht 1 bei Absatz 1 Ansicht 2 bei Absatz 2 und die dritte Ansicht bei 280. Sie können das nicht so diskutieren, dass Sie sagen, gibt drei Ansichten an einer Stelle, weil jede Ansicht bezieht sich auf eine andere Stelle im Prüfungsaufbau. Es wird ein anderes Tatbestandsmerkmal verändert. Das heißt, Sie prüfen das immer da bei dem Tatbestandsmerkmal, was diese Ansicht verändert. Also klar, die drei Ansichten? Nein. Also nochmal, Sie sehen das hier. Entweder Sie streichen, Sie fügen da oben was hinzu, Pünktchen, Pünktchen, und machen ein zusätzliches einschränkendes Tatbestandsmerkmal. Das ist eine teleologische Reduktion. Das würden Sie prüfen. Der Anspruch könnte untergegangen sein, nach § 326 1. Möglicherweise gilt dies aber nur, soweit der Gläubige an diesem zu vertreten hat. Dies setzt voraus, dass der Gesetzgeber hier planwillig zu viel geregelt hat, hat er aber nicht, also ist diese Ansicht abzulehnen, also ist der Anspruch grundsätzlich komplett erloschen. Dann geht es weiter, der Anspruch könnte jedoch komplett untergegangen sein. § 326 Absatz 2 könnte komplett wieder aufleben, das setzt danach aber voraus, dass der Gläubige allein oder weit überwiegend zu vertreten hat. Hier hat er es nur in Höhe von 50% zu vertreten, 50% ist nicht allein und 50% ist auch nicht weit überwiegend, also greift die Norm nicht ein. Möglicherweise ist die Ausnahme aber analog anzuwenden für einen Fall, wo er es nur teilweise vertreten hat, das heißt, die würden dann rausstreichen wie das Tatbestand zu merken und sagen, das greift in vollem Umfang ein. Setzt aber wieder voraus eine Plan- wie die Regelungslücke, der Gesetzgeber hat das Problem gesehen, hat es aber so geregelt und nicht anders, also ist auch diese Analogie auszuschließen. Also ist der gegen das Anspruch untergegangen, also gibt es keinen Anspruch auf Kaufpreiszahlung. Es könnte jedoch einen Schadensersatzanspruch gegen den Käufer geben, aus § 280 Absatz 1 und § 41 Absatz 2. Schuldverhältnis haben wir im Kaufvertrag, Rücksichtnahmepflicht und könnte daran liegen, dass er keine hinreichende Rücksicht auf das Eigentum des V am PKW oder auf den Anspruch des V gegen ihn aus 433 Absatz 2 BGB genommen hat. Das ist hier der Fall, das hat er auch falleißig getan, nämlich 50% mit Verschulden, also haben wir einen V80er Anspruch, der Schaden ist der entgangene Kaufpreis, also ist der Kaufpreis als Schadensanspruch zu berücksichtigen. Allerdings trifft den V ein 50% mit Verschulden, das heißt eigentlich nur 50% vom Kaufpreis und damit ist die Sache erledigt. Toll. Das müssen Sie diskutieren, wie gesagt, in diesem Aufbau. Damit kommen wir jetzt zum spannenden Thema, Änderung von Verträgen. Sie denken sich, warum sollte man Verträge überhaupt ändern? Ich kann Ihnen sagen, weil sich möglicherweise die Situation geändert hat. Die praktisch bekannteste Vertragsänderung ist die Mieterhöhung und auch sehr unbeliebt, wenn der Vermieter sagt, die Vergleichsmieten aller anderen Wohnungen in der Gegend sind deutlich gestiegen. Ich möchte gerne nicht weniger verdienen als meine Nachbarn. Dann kann er die Miete erhöhen. Das ist eine Vertragsänderung, weil die Gegenleistung erhöht wird, nachträglich. Es kann aber auch sein, dass sich Dienste ändern. Wenn Sie zum Beispiel ein Abo haben bei Amazon Prime oder bei Netflix, dann werden Sie feststellen, dass das Angebot an Filmen und Serien sich jeden Monat mal ändert. Da fallen Filme raus und es kommen neue Filme rein. Dann ändert sich das Angebot, Sie zahlen aber trotzdem einfach weiter. Das machen die deshalb, weil keiner die Filme von 2002 bis zum Lank Himmel Leins Tag gucken will, sondern sie wollen alle die neuen Top Filme gucken, also müssen die jetzt ab und zu mal austauschen. Einverstanden? Ansonsten haben wir auch schon Fälle kennengelernt, wo wir gesagt haben, naja, möglicherweise ist der Preis ja gestiegen. Sie erinnern sich an unsere Fälle, wenn die Sache weiterverkauft worden ist und der Rückkaufpreis deutlich höher ist. Und möglicherweise ist der Markt auch anders geworden. Vielleicht ist die Nachfrage gestiegen, das heißt, der Verkäufer könnte deutlich bessere Preise erzielen, wenn er jemand anderen verkauft. Ansonsten haben wir auch schon Fälle gehabt im BGB AT, nämlich, dass sie sich geirrt haben über Eigenschaften. Sie dachten, ihr alter Schrank sei zwar alt und gammelig, in Wirklichkeit ist er aber antik und gehörte schon Napoleon, dann haben sie ein Eigenschaftsirrtum, sie wollen vielleicht einen höheren Kaufpreis erzielen. Wir haben aber auch den Motiv Irrtum kennengelernt, sie kaufen für ihre Freundin zum Geburtstag eine riesenflasche Champagner und erwischen sie dann mit ihrem besten Freund im Bett. Dann können sie die Flasche Champagner der Freundin über den Kopf hauen, aber sie können auch sagen, das ist ein Motivirrtum. Dummerweise führt der Motivirrtum nicht zur Anfechtung, sondern es ist einfach nur schade. Ja, dieses Drama. wir haben schon gewisse Änderungsmöglichkeiten kennengelernt. Zunächst mal haben sie im BGB ATI vielleicht gesprochen über aufschiebende und auflösende Bedingungen. Sie können zum Beispiel sagen, du darfst die Sache so lange haben, bis ich sie selber brauche. Ich leihe dir mein Notebook, bis ich es selber brauche. So was können sie konstruieren. Wir haben schon gesprochen über 397 BGB, den Erlassvertrag. Sie erinnern sich an unseren Fall mit dem Reisebüro, was schreibt, wenn sie diesen Scheck einlösen, verzichten sie auf alle Ansprüche. Die wollen also eine Änderung der Anspruchslage durch Vertrag. Wir haben in 311 Absatz 1 BGB eine Regelung, die sagt, ich kann Verträge jederzeit ändern durch Vertrag. Wenn Sie gucken, 311 Absatz 1 sagt, rechtsgeschäftliche Schuldverhältnisse werden geändert durch Verträge. Alternativ können Sie den Vertrag auch einfach komplett aufheben und einen neuen Vertrag abschließen. Auch das ist zulässig, das nennt man Novation. Und wir haben schon gesprochen über 315 folgende BGB, diese berühmten Leistungsbestimmungsrechte. Wenn Sie zum Beispiel diesen Netflix Vertrag haben, entscheiden Sie, welche Filme Sie gerade angucken wollen. Netflix sagt, Sie haben die komplette Videothek und Sie können sagen, ich will jetzt gucken House of Cards. Das ist Ihre Entscheidung und Sie dürfen es selber sagen. Wir gucken uns zunächst den einfachsten Fall an, den Änderungsvertrag. Der Änderungsvertrag kommt wohl wie zustande, was meinen Sie, was braucht man für einen Änderungsvertrag? Ja, zwei übereinstimmende Willenserklärungen, ein Antrag, eine Annahme, die müssen geschäftsfähig sein, die können sich vertreten lassen, da können sie alles machen, was den BGB AT gelernt haben. Ganz kurz eingehen will ich auf 125 und zwar Form. Wenn Sie einen Mietvertrag haben, dann haben Sie vielleicht gesehen, die meisten Mietverträge haben ganz am Ende eine Klausel, die sagt, Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Das schreibt man da rein, damit man nicht hinterher sagen kann, haben wir immer schon so gemacht, das passt schon irgendwie. Sie können in Verträge reinschreiben, dass jeder Änderungsvertrag schriftlich geschlossen werden muss und dann haben Sie zwei Sachen zu beachten. Zum einen ist es eine sogenannte rechtsgeschäftlich vereinbarte Form und dann findet nicht mehr 125 Satz 1 BGB Anwendung sondern keine schwierige Frage was denken Sie wenn nicht 125 Satz 1 Anwendung findet was findet dann wohl Anwendung ja es findet 125 Satz 2 Anwendung das ist der eine Unterschied der zweite Unterschied der ist etwas anders es findet nicht mehr 126 BGB Anwendung sondern welche Regelung für die Schriftform 127 und wo ist der Unterschied zwischen 126 und 127 jetzt wird langsam spannend wenn der Gesetzgeber schon zwei Regelungen hat muss ja einen Unterschied geben was heißt das denn dann? Was heißt im Zweifel, wenn da halt drinsteht, Schriftform? Dann ist ja nichts anderes vereinbart ausdrücklich. Was meint der Gesetzgeber wohl damit? Ja, was könnten Sie denn meinen? Das frage ich Sie mal so als Pragmatiker. Die schreiben, Änderungen müssen schriftlich erfolgen. Woran denken die oft? So als Laie. An die einfache Textform. Woran denken die, was meine ich mit der einfache Textform? Was wollen die wohl machen, üblicherweise? Ja, die wollen, dass das Schrift festgehalten wird. Und die wollen aber nicht ständig irgendwelche Dinge unterschreiben und hin und her schicken, sondern die wollen das möglicherweise per E-Mail machen oder ähnliches. Das heißt, in vielen Fällen bedeutet schriftlich in Verträgen eigentlich Textform, das heißt nur einfach irgendwie festgehalten. Ja, ansonsten, wenn Sie die Normen durchlesen, sehen Sie da ein paar mehr Erleichterungen. Da kann man halt einfacher Sachen übermitteln. Da kann man nämlich das Ding faxen, muss man nicht im Original hinschicken. Alles ganz lustig. Die Pointe der Schriftform ist allerdings eine andere. Der BGH sagt nämlich in einer etwas dubiosen Rechtsprechung, eine Schriftformklausel kommt zustande durch mündliche Vereinbarung letztendlich. Sie können die etwa aufschreiben, aber es gibt keine Schriftform für die Schriftformklausel. Deshalb, weil die Klausel formlos entstanden ist, kann man sie auch formlos wieder abschaffen. Ja? Also man könnte auch sagen, Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform, außer die Aufhebung der Schriftformklausel, weil die Schriftformklausel bedurfte ja ihrerseits auch keiner Schriftform. Ja? Wir sind schon total verwirrt. Der Sinn dahinter ist viel einfacher. Aber wenn die Parteien sich mündlich einigen und keiner an die Schriftformklausel gedacht hat und die beiden gedacht haben, das ist jetzt für uns beide verirksam. Zum Beispiel, weil gesagt worden ist, ab sofort darfst du den Garten mitbenutzen, lieber Mieter. Und er benutzt den Garten ein Jahr lang jeden Tag. Im Winter sitzt er draußen in der Kälte und genießt seinen schönen Garten. Da sind beide Parteien davon ausgegangen, dass sie eine wirksame Änderung des Mietvertrages vorgenommen haben. Dummerweise ist die nicht wirksam, weil am Ende drunter stand, Änderungen bedürfen der Schriftform. Dieses Ergebnis will der BGH nicht gelten lassen und sagt, wenn die Parteien übereinstimmend der Meinung sind, wir wollen eine Änderung durchführen, ohne Schriftform, heben sie damit konkludent die Schriftformklausel wieder auf und können den Vertrag mündlich ändern. Ja? Also die ganze tolle Schriftformklausel kann konkludent oder auch mündlich ausdrücklich abbedungen werden. Warum tut man das? Damit man nicht in eine blöde Situation gerät. Damit aber noch nicht ganz am Ende. Es gab nicht dann schlaue Juristen, die gesagt haben, das ist aber blöd. Das wollen wir ja gerade nicht. Und deshalb hat man etwas erfunden, das nennt sich qualifizierte Schriftformklausel. Qualifizierte Schriftformklauseln zeigt tatsächlich eine Ergänzung aus. Die Schriftformklausel darf nur schriftlich geändert werden. Ja? Das heißt, der Vertrag sagt, Änderung und Ergänzung bedürfen der Schriftform. Punkt. Dies gilt insbesondere auch für diese Schriftformklausel. In dem Moment, wo ich das ausdrücklich hinschreibe, sagt der BGH, hinter die zweite Klausel, die Aufhebung der ersten Klausel, und damit gilten mündliche Abreden auf keinen Fall. Und ich kann mich noch so sehr auf den Kopf stellen, wer das gemacht hat, ist immer selber schuld. Das Problem an der Sache ist, in AGB klappt das auch wieder nicht, weil man sagt, da hat die Individualabrede immer Vorrang, 305b, das heißt, in AGB können sie keine qualifizierte Schriftformklausel machen. Das heißt, der Vermieter hat da immer Pech gehabt. Und das zweite ist, man sagt, naja, also wenn das über Jahrzehnte lang gemacht worden ist, und beide Parteien fest daran geglaubt haben, hält man sich auch nicht mehr an die qualifizierte Schriftformklausel fest. Weil, dann wäre das treuwidrig, und wird den anderen irgendwie unzumutbar benachteiligen. Sie sehen also hier, an diesem konkreten Beispiel, Verträge lassen sich relativ leicht ändern, und es ist gar nicht so einfach, das zu verhindern. Es geht allerdings noch weiter. Und das ist eine Sache, die hat vor 14 Jahren vor einem Aufruhr unter den Juristen gesorgt. Die haben gesagt, es gilt der Grundsatz, Verträge sind einzuhalten, Pacta sunt servanda. Verträge wird man nicht mehr los, das BGB kennt die Anfechtung, die Anfechtung macht den Vertrag aber komplett weg, eine Pflicht, Verträge zu ändern, gibt es nicht. Man hat nämlich im Jahr 2002 Paragraf 313 BGB geschaffen. Und 313 BGB sagt Ihnen genau das Gegenteil von Pacta sunt servanda. 313 BGB sagt, Verträge sind wie Wackelpudding, sie passen sich dem an, wo man sie hinschmeißt. Das gucken wir uns jetzt näher an. 313 BGB basiert auf einer grundlegenden Arbeit aus dem Jahr 1921. Und da wurde gesagt, jeder Vertrag hat eine Grundlage. Jedes Haus steht auf einem Fundament, jeder Vertrag hat eine Vertragsgrundlage. Und diese Grundlage ist das, von dem beide Parteien ausgingen, dass es irgendwie entscheidend für den Vertrag ist, auch wenn es im Vertrag selber gar nicht geregelt ist. Wer ein Hochzeitskleid kauft, will offenbar heiraten. Es steht im Vertrag vielleicht nicht drin, dass er heiraten will, aber es ist ziemlich offensichtlich, wer ein Hochzeitskleid kauft, will heiraten. Das ist die Geschäftsgrundlage. Wer irgendwie Öl aus dem Iran liefert, geht davon aus, dass man auch aus dem Iran Öl importieren kann. Wenn Krieg ausbricht mit dem Iran und es überhaupt keine Öllieferung mehr gibt, ist das schlecht. Dann rechnet man damit nicht. Und beide Parteien sind davon ausgegangen. Jetzt sagen Sie, das ist langweilig, worum geht es denn überhaupt? Ich habe Ihnen erstmal diese Folie hier gemacht. Diese Folie soll Ihnen Folgendes sagen, es gibt schon eine Reihe von Regelungen, die das Problem kennen. Zum Beispiel 519 BGB. Wenn man Ihnen etwas schenkt, stellen Sie sich vor, Ihre Oma schenkt Ihnen Ihren Ponyhof. Und jetzt wird Ihre Oma auf einmal arm, weil sie in ein Pflegeheim muss. Dann sagt 519 BGB, kriegt Oma Ihren Ponyhof wieder zurück, weil Oma braucht ihn mehr als Sie. Die Geschäftsgrundlage der Schenkung war, dass Oma ihn selber nicht braucht und deshalb gibt es hier die Möglichkeit der Rückforderung. Ebenso, wenn Sie anfangen, Oma zu beleidigen und zu treten, dann kriegt Oma auch Ihren Ponyhof zurück. Seien Sie also lieb zu Leuten, die Ihnen was schenken. Bei schweren Verfehlungen, sagt das BGB, kann der Schenker sein Geschenk zurückfordern. Also, wenn Sie Ihr Weihnachtsgeschenk bekommen haben und dann anfangen, Ihre Eltern zu beleidigen, Pech gehabt, gibt es wieder Geschenke zurück. Dann haben wir so Regelungen wie Sonderkündigungsrechte. Wenn Sie jemandem Geld geliehen haben und feststellen, der lebt auf großem Fuß und ist bald pleite, dann haben Sie das Recht zu sagen, ich möchte mein Geld sofort zurückhaben. Das sagt das BGB, weil er sagt, die Grundlage des Darlebens ist, dass er da vernünftig mit umgeht. Wenn er offensichtlich in die Pleite hineinschleudert, können Sie sagen, schnell gehe ich wieder zurück, bevor es noch schlimmer wird. Ebenso, wenn Sie einen Vergleich schließen. Wenn Sie sagen, okay, ich verzichte auf Betrag 1 und der andere sagt, ich verzichte auf Betrag 2 und wir einigen uns in der Mitte und Sie finden heraus, der lügt und ist viel schlimmer, als Sie dachten, dann können Sie den Vergleich wieder aufheben und neu verhandeln. Und last but not least, 321 BGB. Ich habe Ihnen gesagt, grundsätzlich gilt im BGB Zug um Zug. Nun ist es aber manchmal so, dass eine der beiden Vorleistung verlangt. Wenn der Käufer Vorleistung verlangt, nennt man das Kauf auf Rechnung. Wenn Sie das auf Rechnung kaufen, dann kriegen Sie erst die Ware und müssen dann erst bezahlen. Wenn der Verkäufer auf Vorleistung steht, nennt man das Vorkasse. Dann zahlen Sie zuerst und kriegen dann erst die Lieferung. 321 sagt, selbst wenn Sie Vorkasse vereinbart haben, können Sie sagen, ich möchte doch wieder Zug um Zug, wenn sich die Umstände verändert haben und irgendwie an die Presse gelangt, dass Ihr Verkäufer unzuverlässig geworden ist. Dann können Sie sagen, ich bin doch nicht blöd und leiste Vorkasse. Umgekehrt kann auch der Verkäufer, der grundsätzlich auf Rechnung liefert, sagen, an Sie nicht, weil Sie momentan so gut wie insolvent sind. Ich liefere erst, wenn ich Geld sehe. Das sagt 321. Also auch bei Vorleistung kann man wieder zurück auf Zug um Zug, wenn der andere unzuverlässig geworden ist. Sie sehen also, dieses Problem, dass irgendwas sich ändern kann nach Vertragsschluss, gibt es in ganz vielen Normen. Hier oben steht drauf, Sie müssen diese ganzen Normen jetzt nicht auswendig lernen, weil, das ist viel zu viel Detailwissen, Sie müssen nur da erkennen, gucken Sie erst mal im besonderen Schuldrecht nach, bevor Sie auf 313 BGB zurückgreifen. Sie müssen aber nicht nur im Gesetz nachgucken, Sie müssen auch im Sachverhalt nachgucken. Wenn da steht, der Vertrag hat ausdrückliche Regelungen für den Fall, dass sich was ändert, haben diese Regelungen Vorrang vor 313. Die Parteien können sagen, wir wollen auf jeden Fall, dass Öl geliefert wird, es darf keine Änderung geben. Die Parteien können sagen, es gilt der Tagespreis. Dann gilt der Tagespreis und es spielt keine Rolle, wie hoch der ist. Das heißt, die Parteien können die Sache im Vertrag regeln. Wenn sie es nicht tun, gucken wir weiter in 313. Und 313 hat drei Absätze. Und wir gucken uns zunächst mal den ersten Absatz an. Der erste Absatz hat drei Voraussetzungen. Die können Sie im Gesetz auch relativ deutlich erkennen. Erstens müssen sich die Umstände schwerwiegend geändert haben. Nicht nur ein bisschen, sondern stark. Zweitens muss aufgrund oder muss anders muss der Vertrag, wenn die Umstände bekannt gewesen wären, schon bei Vertragsschluss nicht oder zumindest nicht so geschlossen worden sein. Und die dritte Voraussetzung ist, dass aufgrund dieser Änderung einem der beiden Vertragsparteien das Festhalten am Vertrag nicht mehr zumutbar ist. Drei Voraussetzungen. Wenn Sie sich jetzt Absatz 1 und Absatz 2 angucken, sehen Sie relativ schnell den Unterschied. In Absatz 1 geht es um tatsächliche Umstände, die entweder ausdrücklich Diskussionsgegenstand waren oder zumindest im Hinterkopf der Parteien waren. Und diese Umstände müssen sich nachher geändert haben. nach dem Motto, man ging davon aus, der Preis bleibt gleich, in Wirklichkeit hat der Preis sich erhöht. Man geht davon aus, es gibt keine Erdbeben, in Wirklichkeit gibt es ein Erdbeben. Man geht davon aus, es gibt keinen Krieg, in Wirklichkeit gibt es Krieg. All diese Änderungen treten nachher ein, man dachte, es bleibt so, wie es ist, man wusste es aber nicht. Absatz 2 betrifft einen anderen Fall. Absatz 2 sagt, man hat auch über etwas nachgedacht oder darüber geredet, aber das war von vornherein falsch. Beide haben gedacht, dass der Iran in Südamerika liegt. Das war dummerweise falsch. Der Iran liegt nicht in Südamerika. Ja? Sind Sie ganz erstaunt? Geografische Kenntnisse. Dann sagt Absatz 2, wenn beide Parteien von Anfang an ein Irrtum erliegen, auch dann kann man den Vertrag möglicherweise ändern. Zum Beispiel, wenn der Iran nicht in Südamerika liegt, brauche ich vielleicht nicht einen Tanker, der einmal quer von Südamerika bis Deutschland fährt, um mein Erdöl zu transportieren. Ja? Absatz 3 sagt, ausnahmsweise Beendigung, grundsätzlich wird nur angepasst. Nochmal, Absatz 2 von Anfang an falsch, Absatz 1 am Anfang richtig, aber spätere Veränderungen bewirken, dass es danach nicht mehr stimmt. Anfänglich falsch, nachträglich falsch. Ja? Gut. Und jetzt, Sie sehen, die Umstände dürfen nicht in der Risikosphäre einer Partei liegen. Was bedeutet das? Grundsätzlich hat der Schuldner das Risiko, dass seine Leistung schwerer wird als erwartet. das heißt, das ist aufwendiger wird, den Vertrag zu erfüllen. Wenn ich Ihnen anbiete, ich beschaffe Ihnen goldene Misteln und die wachsen nur in einem Baum, dann muss ich halt zu diesem Baum hinfahren, ihn besorgen und wenn da alle anderen drumstehen, dann muss ich halt da durchkämpfen. Der Schuldner muss jeden Aufwand eingehen, um die Leistung zu bringen. Bis zur Grenze 75.2. Der Schuldner hat also das Problem, die Kosten treffen Ihnen, egal wie hoch Sie werden. Andererseits hat der Gläubiger das Risiko, dass er die Leistung überhaupt benutzen will. Wenn der Gläubiger eine Leistung verlangt, trifft ihn die Gefahr, dass sie für ihn eigentlich nutzlos geworden ist. Wenn Sie also meinen, irgendwie Coca-Cola macht schön und Sie trinken immer total viel Coca-Cola, ist es Ihr Problem, wenn Sie nicht schöner werden als vorher. Also Ihr Ziel ist Ihre Sache, das geht den Verkäufern nichts ein. 313 betrifft alles, was zwischen diesen Extremfällen liegt. Zwischen dem Beschaffungsrisiko des Schuldners und dem Verwendungsrisiko des Gläubigers. Jetzt sagen Sie, was kann denn da noch zwischenpassen? Dazu habe ich Ihnen diesen tollen Fall aus den 70er Jahren mitgebracht. Sie wissen vielleicht, es gab einmal eine Ölkrise. Es gab immer wieder mal Ölkrisen, momentan ist der Ölpreis so niedrig, dass Sie sich freuen können, das war aber nicht immer so. 1972 verpflichtete sich V an K, 10.000 Liter Heizöl im Jahr 1973 zu liefern. Also 72, ein Kaufvertrag für 73. Und der Festpreis sagte, er zahlt so und so viel für das Öl. Im Zuge der Ölkrise verdoppelte sich der Preis für Öl zwischen dem Vertragsschluss und dem vereinbarten Lieferzeitpunkt. Also ursprünglich kostete Öl sagen wir mal 100 Euro und jetzt kostet es 200 Euro pro Liter. Der V sah, dass der Preis stieg und zwar schon direkt nach Vertragsschluss, er stieg immer weiter, so zack, 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 relativ linear, tat aber nichts, weil er dachte, ach, der fällt auch wieder. Dummerweise fiel er nicht, am Tag der Lieferung war er halt doppelt so hoch wie vorher. Folge ist, V sagt, wenn ich jetzt das Öl kaufe zu dem Preis, kriege ich nur den Kaufpreis von 1972, mache ich einen Riesenverlust. Und dieser Riesenverlust führt dazu, dass mein Unternehmen insolvent wird. Und meine ganzen Arbeitnehmer werden auf der Straße stehen. Deutschland wird jammern. Tut mir leid, ich will diesen Vertrag nicht mehr erfüllen. Kurz vor dem Liefertermin teilt er daher K mit, ich will diesen Vertrag nicht mehr erfüllen. Und wir fragen uns, hat K gegen V einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Heizöls aus 433 Absatz 1 Satz 1 BGB? Dazu brauchen wir einen wirksamen Kaufvertrag, den haben wir. Aber was könnte mit dem Anspruch passiert sein? Er könnte nach 275 Absatz 2 BGB untergegangen sein. Was setzt das voraus? Was müssen wir dazu einschätzen? 275 Absatz 2. Was brauchen wir dafür? Ja? Ja? Genau. Wir brauchen erstens den Aufwand für den Schuldner, zweitens das Leistungsinteresse des Gläubigers und drittens brauchen wir ein grobes Missverhältnis. Was ist aber hier mit dem Leistungsinteresse des Gläubigers, wenn sich der Preis für Heizöl auf dem Markt erhöht? Warum kaufen sich Leute Heizöl? Frage ich mal so. Weil es so schön ist, um zu schwimmen oder die Haut vielleicht gut. Warum kaufen sich Leute 10.000 Liter Heizöl? So als Test. Warum kaufen die sich das? Entweder um es weiter zu verkaufen oder oder um den eigenen Tank zu verbrauchen. Jetzt die Frage, wie bemesse ich denn das Leistungsinteresse am Verbrauchen oder Verkaufen von Heizöl? Wie viel ist das denn wert? Ja? Ja, für den Käufer könnten warme Wohnungen, Gesundheit verbunden sein. Wenn er jetzt die Leistung nicht bekommt, was passiert denn dann? Stirbt er dann? Was wird der Käufer tun? Wenn hier, wir sagen, der Anbruch gegen V ist untergegangen, was wird K tun? Ja, er müsste sich woanders beschaffen und müsste dann einen deutlich höheren Preis bezahlen. Das heißt, wir haben eine relativ gute Annäherung. Die Annäherung ist nämlich, mit jedem Cent, den das Heizöl für V teurer wird, wird es auch für K wertvoller. Denn K müsste seinen Bedarf zum Heizöl oder weiterverkaufen anderweitig decken. Und diese anderweitige Deckung würde Ihnen genau das mehr kosten, was jetzt der V auch mehr bezahlen muss. Das heißt, jede Erhöhung des Aufwandes für V durch Erhöhung des Marktpreises bewirkt auch eine Erhöhung des Leistungsinteresses K. Die steigen also genau gleich an. Haben Sie das verstanden? Rein rechnerisch? Damit der V seine Wohnung heizen kann, muss er ohne Hinheizöl kaufen. Wenn er das nicht bei V bekommt, bekommt er es woanders und zahlt dafür das gleiche oder sogar mehr, als das das V bezahlen muss. Das heißt, jeder Cent, den V mehr bezahlen muss, ist auch ein Cent, den K mehr bezahlen muss. Und damit das Interesse des K, seine Wohnung zu heizen, immer genauso viel wert wie der Marktpreis. Also, grobes Missverhältnis, ja oder nein? Nein. Warum nein? Weil die exakt im gleichen Maße gestiegen sind und damit es überhaupt kein Missverhältnis gibt. Merken Sie sich ganz unbedingt, der Kaufpreis spielt bei der ganzen Rechnung keine Rolle. Wie viel der K dem V bezahlt, ist völlig egal. Die Frage ist, wie viel ist das Heizöl für den K wert? Das ist ein Unterschied. Wie viel ist Heizöl für K wert? Und die Antwort lautet, das Heizöl ist den K mindestens den Marktpreis wert. Gut, also 275 Absatz 2 liegt nicht vor. Was kommt denn dann noch in Betracht? 2 2 1 2 2 2 2 2 3 Ist 313 eine Einrede? Was sagt denn 313? Was kommt denn dabei so raus? Nach 313 Absatz 3 ist ein Rücktritt vom Vertrag möglich, aber immer, kommt 313 immer zu einem Rücktritt? Primär ist die Anpassung des Vertrages die Folge. Kommt hier eine Anpassung des Vertrages in Betracht, was meinen Sie? Wie würde diese Anpassung aussehen? Wie würden Sie anpassen? Ja, das müsste er nicht wollen, aber es wäre ja ein Anspruch. Er hätte ja einen Anspruch, darauf den Vertrag anzupassen, der V. Was sagt denn da nach 313 Absatz 3? Wann muss der K sich nicht darauf einlassen, den Vertrag zu ändern? Wenn es ihm nicht zumutbar ist. Was sagen Sie dazu? Würden Sie da hinkommen, dass es dem K nicht zumutbar ist, den Vertrag zu ändern? Das denke ich auch. Also hier in der Tat können wir sagen, hier möglicherweise nur Anspruch auf Vertragsanpassung, dann hätten wir aber zumindest ein Recht des V, einen höheren Kaufpreis zu verlangen und solange er keinen höheren Kaufpreis kriegt, können er 320 BGB die Leistung verweigern. Was setzt das aber voraus, wenn wir den Vertrag anpassen wollen nach 313 Absatz 1 BGB, dass der V gegen K einen Antrag auf Vertragsanpassung hat? Ja, es müssen sich die Umstände schwerwiegend verändert haben. Klar, beide Parteien sind davon ausgegangen, Ölpreis bleibt ungefähr gleich, aber hier haben sich dummerweise radikal anders entwickelt. Gut, das ist die erste Voraussetzung. Voraussetzung. Haben wir noch mehr Voraussetzungen oder war es das jetzt? Ja? Ja? Was meinen Sie? Hätten die Parteien den Vertrag nicht oder nicht so geschlossen, wenn sie es gewusst hätten? Ja? Ja, der V auf jeden Fall nicht. Also würde man sagen, der V hätte den Vertrag mit dem dynamischen Preis abgeschlossen oder vielleicht hätte der V auch den Vertrag gar nicht abgeschlossen. Gut, haben wir noch eine weitere Voraussetzung? Ja? Wenn die Änderung ist, wir haben uns schwerwiegend verändert. Ja? Und, was sagen Sie dazu? Verdoppelung des Preises? Können Sie mal anpassen. Ja, denke ich auch. Das ist nicht unser Problem. Was brauchen wir noch? Ja, es müsste unzumutbar sein. Was sagen Sie dazu? Ja, es ist nicht der gleiche Unzumutbarkeitsbegriff wie in 275, aber 2. Das kriegen wir auch noch hin. Und was brauchen wir noch? Es darf nicht in der Risikosphäre des K oder in der Risikosphäre des V liegen. Was sagen Sie denn dazu? In diesem Fall, Sphären, das ist so ein bisschen meditativ so. In wessen Sphäre liegt denn das Risiko? Ja? Ja, der Fehler des V ist, was hätte der V machen müssen, wenn er das Risiko hätte vermeiden wollen und auch machen können? Ja. Der V ist selber schuld. Er hatte ja die Chance, zum Preis von 1972 zu kaufen. Hat er aber nicht gemacht. Also hat der V sozusagen selber die Verantwortung, dieses Risikogeschäft abzuschließen. Er hat das Risiko dadurch übernommen, dass er gesagt hat, Festpreis von heute, Lieferung in einem Jahr. Er hätte das alles in ein Silo füllen können im Jahr 1972 und da drin stehen lassen. Er hat sich aber entschieden zu spekulieren und damit trifft ihn das Risiko. Er hat das Risiko übernommen. Damit liegt das Risiko in seiner Sphäre. Damit hat er keinen Anspruch auf Vertragsänderung. Und damit kann er auch nichts einwenden dagegen, dass der K sagt, jetzt muss mir gefälligst das Öl liefern. Selbst wenn er dadurch in Insolvenz gerät und alle seine Mitarbeiter auf der Straße landen, muss er den Vertrag erfüllen. So brutal geht es in Deutschland zu, weil wir einfach sagen, es kann nicht dem K angelastet werden, dass der V sich verspekuliert. Das ist nicht dessen Problem. Der Vorwurf hier ist, dadurch, dass er einen Festpreis 1972 vereinbart hat, für 1973, hätte er 1972 kaufen müssen, sozusagen, weil der Festpreis ja kalkuliert ist wahrscheinlich, nach dem Marktwert von 72. Hat er nicht getan, deshalb hat er gesagt, ich verlasse mich auf den Markt, das wird garantiert billiger. Damit hat er spekuliert, das heißt, er hat selber die Kontrolle gehabt. Er hat die Einflussmöglichkeit gehabt, das Risiko zu vermeiden, hat es aber nicht wahrgenommen und damit ist seine Sphäre. Er hat die Verhinderungsmöglichkeit gehabt. Also im Grunde, er trägt die Verantwortung, weil er hätte es machen können. Also selber Schuld. Ob er jetzt den Preis hätte erkennen können oder nicht, ist gar nicht relevant. Er hätte einfach nur von vornherein kaufen können. Das ist der Vorwurf. Egal wie der Preis entwickelt, er hätte an dem Tag kaufen können, da hätte er jeden Verlust mit vermieden. Stattdessen hat er Risiko gesagt und gesagt, ich kaufe es im letzten Moment, der Preis wird garantiert runtergehen. Und das ist nicht so spekuliert. Wenn Sie im Casino alles auf rot setzen und es kommt schwarz, können Sie auch nicht sagen, ja, ich habe ja gedacht, es kommt rot. Ja, also Risikogeschäfte sind möglich und das Risiko kann man nicht dadurch abwälzen, wenn man sagt, ja, ich habe ja gedacht, es kommt rot. Trotzdem gibt es Fälle, wo man es anders sieht. Und die erste Konstellation ist, Sie schließen den Vertrag jetzt und es tritt eine Rieseninflation ein. Der Euro wird wegen der Griechenlandkrise auf einmal über den Faktor 1 zu 1.000 abgewertet. Das heißt, alles, was jetzt einen Euro kostet, kostet danach 1.000 Euro. Sie haben einen Vertrag abgeschlossen über 100.000 Euro, das wären dann im zukünftigen Euro 100 Euro wert. Im jetzigen Zeitwert wären es 100.000. Und das kann von heute auf morgen passieren. Das war in der Türkei zum Beispiel so eine gewisse Zeit lang. Das ist also nicht ganz fernliegend. Und dann sagt die Rechtsprechung, das ist ein Fall von 313, weil weder der Verkäufer noch der Käufer haben eine Kontrolle über Inflation und keiner hat hier auch spekuliert, in dem Sinne, der Euro wird mehr wert. Sondern beide sind davon ausgegangen, hat sich halt geändert. Dann das anschaulichere Beispiel. Früher mal gab es eine Konzessionspflicht für Apotheken. Was bedeutet das? Wenn Sie Apotheker werden wollten, mussten Sie sich eine staatliche Genehmigung holen. Das heißt, der Staat sagte, hier darf eine Apotheke gehen, da nicht. Und Sie können sich vorstellen, wozu das geführt hat. Das haben wir auch bei Notariaten gehabt. Das haben wir auch bei Ärzten teilweise. Sie haben Ihre Apotheke, wo die ganzen Rentner hingehen. Und jetzt will jemand Neues die Apotheke haben. Und der verlangt dann, oder Sie verlangen von dem als alter Apotheker, dass der Ihnen eine Abstandszahlung von einer Million zahlt. Dafür, dass diese tolle Apotheke ihm gehört. Dann kam aber die Europäische Union und hat gesagt, Apotheken kann man überall aufmachen. Das gehört zu den Grundfreiheiten der EU. Und direkt gegenüber macht eine Billigapotheke auf. Doc Morris Filiale. Und die verkauft die Medikamente zum halben Preis. Und der arme alte Apotheker hat jetzt Konkurrenz. Und der Käufer der Apotheke denkt, ich habe eine Million dafür bezahlt, dass ich die einzige Apotheke hier in Bonn umkreis 100 Kilometern bin. Und jetzt auf einmal macht gegenüber eine auf, das ist mir die Million nicht wert. Und auch da hat man gesagt, der Käufer hat nicht das Risiko übernommen, dass die EU irgendwelche Gesetze ändert. Dieses Risiko konnte der Käufer nicht übernehmen, weil er keine Ahnung hatte. Und auch der Verkäufer hat dieses Risiko nicht. Also ist hier eine Vertragsanpassung erforderlich und die Millionenprämie ist weg. Die anderen Sachen sind so Fukushima. Wenn Sie kurz vor Fukushima kistenweise Suchi bestellt haben, frisch aus Japan, und auf einmal die ganzen Algen verstrahlt sind, dann wollen Sie vielleicht diesen Kaufvertrag nicht unbedingt mehr erfüllt haben. Dann ist auch 313. Oder halt Krieg, also Syrien, wo keiner mit gerechnet hat, dass da irgendwann mal Konflikte ausbrechen, sagen Sie, meine Urlaubsreise nach Syrien mag möglicherweise jetzt weggefallen sein. Und da haben Sie auch 313, weil Sie sagen, da will ich nicht unbedingt hinfahren und mich am Strand sonnen. Gut, Bombenstimmung, aber... Zweitens, Zweckstörungen. Zweckstörungen, Sie erinnern sich düster, ich habe gesprochen über Zweckfortfall. Zweckfortfall heißt, Sie sterben bevor der Notarzt kommt, dann brauchen Sie auch keinen Notarzt mehr. Wir haben auch über Zweckerreichung gesprochen, Sie werden gesund bevor der Notarzt kommt, auch dann brauchen Sie keinen mehr. Hier geht es um etwas anderes, die Zweckstörung. Verlangen nach Erfüllung ist widersprüchliches Verhalten. Wenn der Verkäufer, der Frau, die kurz vor dem Altar stehen gelassen worden ist, weil sie ihren zukünftigen Egemann mit ihrer besten Freundin im Bett erwischt hat, der können Sie dann keinen Hochzeitskreis mehr anvertrauen, weil das wäre herzlos. Und dann sagt man, das ist eine so erhebliche Zweckstörung, da müssen Sie dann mit leben. Ansonsten kann ich Ihnen jetzt noch ganz zum Abschluss sagen, wir haben auch einige Fälle aus dem BGB-AT, nämlich den Kalkulationsirrtum, wenn sich der Verkäufer verrechnet hat, dann können Sie, wenn das ein krasses Ergebnis ist, fehlen irgendwie zwei Stellen oder sowas, bei dem Motto, statt 100 Euro kommen nur 1 Euro raus, können Sie da auch Vertragsanpassung verlangen, beim beiderseitigen Eigenschaftsirrtum, das ist unser Fall, Käufer und Verkäufer gehen beide davon aus, dass das irgendwie antike Schrottmöbel sind, in Wirklichkeit gehört das aber irgendwie zum historischen Kunstschatz des Preußischen Reiches, dann haben Sie auch da die Chance, den Vertrag anzupassen und müssen nicht unbedingt anfechten. Und dann kommt noch nächstes Semester auf Sie zu, die Ehegattenbürgschaft, wenn Ihr Papa Ihnen sagt, ich brauche mal eben eine Million und die Bank braucht eine Unterschrift und Sie unterschreiben, weil es Ihr lieber Vater ist, dann können Sie möglicherweise unter bestimmten Umständen sagen, dass Sie nicht zahlen wollen, weil das alles nicht so ist, wie Sie es haben wollen. So, damit haben wir auch 313 BGB geschafft und kommen dann nächste Woche, wie angekündigt, zum Thema Rücktritt und Widerruf. Wenn wir das Thema hinter uns haben, kommt auch das große Finale im Schuldrecht, nämlich 280 folgende und danach kommen wir dann zu den einzelnen Verträgen, machen dann Kaufrecht, Mietrecht, Reiserecht, Darlehensrecht, was auch immer Sie haben wollen. Wir sehen uns dann am Montag.